Das heißt dann nicht, ob ich mich freue, oder ob ich Bammel habe. Oder beides. Hi, ich bin Dave und ich mache heute ein Tagespraktikum in der Dachdeckerei. Let's go! Herzlich willkommen auf der Baustelle. Das ist schon wirklich richtig hoch. Das ist gar nicht so leicht. Mein Bein ist am Zittern. Ja, wir gehen auf eine Reise. Du willst ja auch hoch hinaus. Ein Tag Dachdecker als Praktikant bei Dächer von Hunold in Detmold. Das Team wartet schon. Moin! Hey, guten Morgen! So früh bin ich gar nicht gewohnt. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Uhrzeit. Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Auf geht's! Ich freue mich jetzt vor allem darauf, das erste Mal in meinem Leben Dach zu decken. Ich habe schon viel gemacht. Ich habe eine Wohnung, ohne wirklich Ahnung zu haben, selber umgebaut. Aber zum Dachdecken kommst du ja nicht. Also das ist ja kein Job, wo du jetzt sagst, ja auf einen Samstag, ich probiere mich da mal aus. Und deswegen ist jetzt quasi hier eine exklusive Möglichkeit für mich reinzuschnuppern. Wir kriegen heute viel hin, ne? Also du kannst da viel mitnehmen. Am meisten bin ich gespannt auf die kleinen Tricks und Kniffe, die ja jedes Handwerk so für sich hat, um die Arbeit möglichst einfach und möglichst schnell irgendwie über die Bühne zu bringen. Und ich glaube, da habt ihr eine Menge Sachen auf dem Kasten. Warum bist du beim Dachdeckerhandwerk und bleibst auch da und hast auch Spaß, so wie es scheint? Ja, total. Also wenn ich jetzt heute mit meinem Sohn durch den Ort gehe und sage, guck mal hier, 2003, da habe ich da mal diesen Kamin verschiefert, sieht immer noch klasse aus, ne? Das bleibt so. Man schafft da Dinge, die langanhaltend irgendwo immer wieder gesehen werden. Das ist Astrein. So, geht's los. Jetzt wird's spaßig. Arbeitsalltag jetzt. Schauen wir mal. Die Jungs brauchen gleich die Leiter hinten. Mach schon mal leiterlos einfach die dreiteilige. Die schwere natürlich, ne? Ja, natürlich. Ein beherzter Griff. Toi, toi, toi. Ich lass dich einfach mal machen. Schon die ersten Spuren am Wald. Jetzt stell es einfach ran. Aufgabe nun spült. Das war wahrscheinlich nicht der einfachste Weg, das Ding da runter zu bekommen. Wenn die oben drauf liegt, dann packen wir sie eigentlich nur einen Meter runter und drücken die dann schon ziemlich steil. Und die dann vor die Schulter legen, an die Sprosse packen und eben ans Gerüst stellen. Ja, das sah ein bisschen entspannter aus als bei mir. Okay, die lassen wir hier stehen. Die Jungs holen die ab. Wir gehen jetzt entspannt durchs Treppenhaus. Doch. Ab und zu ist es schön, wenn das Treppenhaus schon steht, dann braucht man nicht komplett durchs Gerüst gehen, ne? Boah. Richtig schön. Aber die Arbeit findet wahrscheinlich nicht hier drin statt. Nein. Immer an mir nach. Jungs, willkommen jetzt. Nehmt schon mal den Finger aus der Nase. Moin, Jungs. Moin. Zweite Aufgabe. Du bist doch noch viel zu sauber. Einfach mal dazwischen gehen hier beim Eindecken. Hast du abgedeckt, ne? Wenn dir irgendwas passiert. Das Dach jetzt die ganze Arbeit der letzten paar Monate zunichte mache oder die Ziegel hier fallen lasse. Also wenn mal einer kaputt geht, das ist nicht so schlimm. Zweiten ziehe ich dir vom Lohn. Vielleicht wichtig, achte mal drauf, dass du nicht so in der Mitte stehst. Einfach angewöhnen, dass man immer hier auf dem Sparren, auf den Konterlatten läuft. Meine Hände sind immer frei zum Arbeiten. Eigentlich schon. Ja, gut. Angeben ist auch erstmal in Ordnung. Gleich werfen wir mal eine Runde. Boah, Alter. Und ihr habt ein Tempo. Das ist ja jetzt noch ziemlich entspannt. Aber ich merk's direkt in den Waden. Die Vorbereitung, bevor wir die Dachziegel werfen, scheinbar jetzt hier Spangenklammern. Sturmklammern. Gerade hier im Dreiziegeleck, ne? Packst du die Klammer unten an die Traglattung und klickst sie dann oben drüber, ne? Die geht dann hier in die Pfalz. Richtig. Von den Schindeln. Ah ja. Die sitzt so fest, wenn diese Schindel jetzt kaputt geht, muss ich einen größeren Bereich in Quadratmeter, anderthalb Quadratmeter rausnehmen, um die zu tauschen. Da sind wir wieder bei dem Trick 17. Da kannst du dann einfach hier einen Zollstock reinlegen, gehst hier drunter, klickst die Klammer wieder los und dann hast du ganz normal die Möglichkeit, da auch wieder alles. Okay. Boah, das ist Stufe 2 jetzt. Das krieg ich hier nicht mal mehr angegeben. Das ist scheiße, ne? Im Dach. Wichtig ist in der Situation, dass man im Blick hält, ist die Folie eventuell beschädigt, müssen wir eben abkleben. Ziegel ist noch heile. Klopf mal ruhig drauf. Schau mal. Du hörst schon, wenn der so klingelt, dann ist der heile, wenn der stumpf ist, dann ist der gerissen, weg. Dann kommt der Ziegel weg. Aber der ist gut. Der ist gut, der hört sich super an. Top. Das war die erste. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Das ist der Praktikumsalltag. Die können wir noch an Grad schneiden. Die geht noch, sagt der Chef. So machen das die Profis. Nächste Aufgabe, die Ziegel sind vernünftig verlegt. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Hier könnt ihr mal sehen, wie weit es tatsächlich runter geht. Also es ist schon wirklich ein ordentliches Stück oben. Wir gehen jetzt zur nächsten Aufgabe, Dachinnähte löten. In erster Linie ist es wichtig, die Naht vorher mit Lötwasser, Lötpaste einzupinseln. Dann das Material andrücken und den ersten Heftpunkt setzen. Dann werden die nächsten Heftpunkte gesetzt und anschließend wird dann schön Schmuie durchgelötet. Und ich habe schon gehört, viele Versuche habe ich nicht. Also das muss jetzt sitzen. Das Ding an. Genau. Und aufdrehen. Ja. Flamme dran halten. Alter. Flamme jetzt ein bisschen runterdrehen, sonst haben wir gleich zu viel Dampf drauf. Und dann löten wir hier wirklich Löcher rein. Lass dir ein bisschen Zeit. Das Lötchen langsam mitnehmen. Kannst kontrollieren, ob es zum Heften gereicht hat. Hat nicht gereicht. Die Leistung hat nicht gereicht. Gerade wenn es hoch geht, dann wird es richtig schwierig. Wir wollen ja nicht, dass es sich unten sammelt. Genau. Wisst du das? Da ist jetzt fast nichts. Und hier hast du schon ziemlich viel. Das ist eine Katastrophe tatsächlich. Ja, vorbei. Jetzt haben wir das, was wir nicht wollten. Loch in der Dachrimme. Und schön langsam, noch langsamer. Sehr gut. Das sieht schon super aus. Also dafür, dass ich vor wenigen Sekunden hier noch so ein Loch reingebrannt habe, haben wir das Ding ziemlich gut wieder gerettet. Und die Naht sieht jetzt schon deutlich besser aus. Dachrinne löten, deutlich schwierigere Aufgabe als erwartet. Aber zum Schluss konnten wir mit professioneller Hilfe die Kohlen nochmal aus dem Feuer holen. Und Fakt ist, die Rinne ist dicht. Glaube ich zumindest. Moin. Das sind Britta und Merve, die kümmern sich hier um die Einteilungsmanagement, um den Fuhrpark. Und da können wir jetzt gleich mal gucken bei der Britta. Dann können wir hier auch sehen, welche Fahrzeuge jetzt tatsächlich vor Ort sind, wo noch kein Fahrrad zugeordnet ist, welche Fahrzeuge frei sind. Das können wir hier über das Ford Pro Programm. Wir haben zwei Standorte. Jetzt sind wir gerade in der Detmolder Gruppe. Und dann guck einfach mal. Vielleicht findest du eins. Okay. Hier sind überall Fahrer zugeordnet. Ja. Außer bei dem hier. TP333. Abseits davon hast du noch mehr Informationen über die einzelnen Fahrzeuge? Ja klar. Also das Ding spuckt mir hier unheimlich viel Informationen aus. Wir können ja beispielsweise mal hier, klicken wir mal auf dieses Fahrzeug. Fahrzeugzustand. Da kann ich mal drauf gehen. Da sehe ich, da ist eine Aktion bald fällig. Entblutstand zu niedrig. Guck mal, unser Marcel. Marcel? Ja? Entblutstand niedrig. Die Möglichkeit hier zu sehen, wo ist das Fahrzeug gestartet? Wo sind sie hingefahren? Das ist natürlich mega flexibel. Also das steigert natürlich auch die Produktivität. Und hinten raus sind die Kunden super schnell bedient und zufrieden. Mega. Ohne komplett durchtelefonieren zu müssen. Ja genau. Wer ist denn da gerade in der Nähe? Ja, ist eigentlich vor. Um 10 Uhr kommt der Anruf und dann müsste Britta theoretisch erstmal fragen, wer hat jetzt welche Mitarbeiter eingeteilt? Auf welchem Fahrzeug sitzt der? Wer hat vielleicht welches Werkzeug dabei? Und dann kann Britta sagen, einen Moment, ich guck mal eben. Und dann macht ihr das ruckzuck hier über das Programm. Guckt da eben rein. Ihnen kann in einer halben Stunde jemand helfen. Dann ist einer von uns da. Und alle Fahrzeuge auf einen Blick. Richtig. Wir gehen mal los, können wir starten. Tipptopp. Ja und ich meine gerade, wenn man so viele Leute, wie viele Leute seid ihr 30? 30er genau. Du kannst das ja sonst gar nicht im Auge behalten. Nein. Die sollen sich ja auf die Arbeit konzentrieren und nicht darauf, die Autos zu warten. Das ist richtig, ja. Praktikant muss schleppen. Dave, schon den Feuerabendmodus? Wir haben noch eine Kleinigkeit. Notfall hier an der Kirche. Da ist eine Drohne irgendwie in die Dachhände gestürzt. Ich habe gerade auf der Ford Pro App gesehen. Der Ranger ist mit dem Kran schon unterwegs. Das heißt, wir fahren da jetzt eben noch rüber. In fünf Minuten sind wir da. Los geht's. Abfahrt. Letzte Amtshandlung für heute. Wollo. Aber cool, dass wir da jetzt so schnell reagieren konnten. Unsere Mitarbeiterin auf dem Büro hat ja eben gucken können, welche Fahrzeuge gerade wo zur Verfügung stehen. Unter anderem auch unsere Krane. Dann hängen wir den Kran dahinter und dann fahren wir da vorbei. Weil in solchen Fällen muss man halt schnell reagieren. Gefahren, Verzug. Bisschen Kran fahren. Jetzt kommen die großen Spielzeuge raus. Richtig ordentlich Gewicht bewegen. Einmal mit Schmackes. Man erkennt sogar die Drohne da oben. Auf der Ecke vom Kirchturm schaut so ein kleines Stückchen schon raus. Letzte Aktion für heute. Im feinsten Wetter. Kriege ich schon bei beiden. Da brauchst du gar nicht durch. Achso. Rutsch. Wusste ich. Warte mal. Nach dir. Hereinspazieren. Alter, das wird was. Sicherungshaken. Einklinken. Und dann sind wir safe. Ja, dann kann es losgehen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich freue. Oder ob ich Bammel habe. Oder beides. Ja, das ist echt windig. Und echt hoch. Da unten steht die Zugmaschine. Fort Ranger. Und wir kommen der Drohne immer ein Stück näher. So nah war ich tatsächlich selber noch nicht an der Uhr hier. Also ich gucke täglich drauf. Aber an den Kirchturm sind wir bisher noch nicht gefahren. Ach. Da liegt was. Da liegt was. Der Übeltäter. Schön im Feierabend nochmal den extra Auftrag. Hier ist die Drohne. Und hier geht's bergab. Guckt euch das an. Komplette Drohne. Und in dieser Höhe. Ich check jetzt gleich nochmal eben, ob hier alles in Ordnung ist soweit. Wenn man schon mal oben ist, kann man natürlich auch direkt alles kontrollieren. Genauso wie hier die Lötnähte. Sehen laut meinem sehr geschulten Blick gut aus. Wunderbar. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann war das unsere gemeinsame letzte finale Aufgabe. Ganz genau. Vielen Dank. Das hat eine Menge Spaß gemacht. Du hast auch einen super Job gemacht. Hat richtig Spaß mit dir gemacht. Wegen mir kannst du hier direkt anfangen. Geil. Der Tag war für mich wirklich ein Auf und Ab der Gefühle. Sachen haben besser funktioniert. Sachen haben schlechter funktioniert. Was aber definitiv so ist. Der Job ist super abwechslungsreich. Und in luftigen Höhen fühle ich mich wohl. Und mir vielleicht auch. Super. Also. Kommt vorbei. Meldet euch. Wir stellen euch ein. Das war es mit der ersten Folge von Ford Pro Mission machen. Bei der Dachdeckerei Dächer von Hunold. Ich hoffe sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein Like da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Lasst uns unbedingt in den Kommentaren wissen, welche Handwerksbetriebe wir noch so für einen Tag begleiten sollen. Und auf jeden Fall dran denken die Links zu Ford Pro in der Videobeschreibung abzuchecken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.